Musik 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 Jo Leute, was geht's? Hier ist Grieper Finder und ich möchte euch zu einem neuen Video begrüßen. Und so ist das Video mal auf der Pocket Edition irgendwie normal. Und ich frage mich an meinen neuen Drucken. Ah! Ah, hier ist hier auch ein Weg. Hab ich gar nicht gewusst. Ah, schön. Da muss ich aber auch noch ein bisschen mehr ausgelöscht werden. Was sie im Weg ist, wusste ich gar nicht. Respekt an dich, Map-Erbauer. Genau, wenn ihr das gebaut habt. Diese Map könnt ihr euch bei Also das ist eine App bei Maps4minecraft.pi Downloaden. Dann könnt ihr die Map mal suchen. Da gibt's unter anderem auch andere Maps. Oh, scheiße. Ich hasse das, wenn man es hier unterzählt. Ja. Und jetzt hat sich auch schon jemand beschwert, dass meine Videos so kurz sind. Ja. Info-Videos. Bisschen Info-Videos zum Abo-Special. Ähm. Ähm. Oh! What the? Okay, geil. Kaputt. Ich hab' jetzt. Ein bisschen vom Bill oder vom Haus. Ja, vom Haus. Das ist sehr nice. Aber es ist nicht sehr nice, dass er das da auch so gebaut hat. Ich fand das irgendwie so komisch, dass er da so treffend gemacht ist. Da wollte ich mich einfach noch einstellen. Habe ich gedacht. Hm. Ich geh' ein bisschen weiter nach oben. Nur ein bisschen. Naja. Seine zweite Frage. Ähm. Denn ich hab' gedacht. Okay. Ich hab' gar nicht gedacht. Denn da hinten in diesem Teil. Ähm. Sieht man ja auch von außen. Ist ein. Ähm. Noch ein. Ein anderer Teil. Das sieht man so. Ich kann es euch eben zeigen. So. Vielleicht wird auch nochmal Master-Bilders kommen. Ja. Da oben. Und. Für. Verdammt. Hm. Das ist ja der Teil da, wo mein Bett ist. Falsch. Okay. Ich hab' ihr es auch noch nicht mehr mitbekommen. Ich glaub' aber schon. Ist jetzt alles voll. Hier sind Treppen. Ich glaub' schon, dass ihr das mitbekommen habt. Das ist eigentlich. Ja. Mhm. Hm. 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 War nicht, ob ihr noch mal guckt. Ähm. Playstation 3 Edition Rolls. Kann ich mal wieder machen. Aber. Es macht mir einfach irre Spaß, das hier zu machen. Hier. Hier. Mobizen. Hier unten. Unten. Rechts. Steht's. Recorded by Mobizen. Hm. Hm. Ist doch eigentlich jetzt unser Weizen fertig? Nee. Schade. Ich muss noch ein Papier machen. Mist. Okay. Und. Gut. Ist das mal tot? Hm? Ich hab' nichts bekommen. Wie soll was? Nee, so. Gibt nichts. Äh. Komm schon. Ah. Okay. Ich geh' jetzt mal hier hin. So. Okay. So. Ich weiß nicht, wann das Abo-Special kommt. Ähm. Ich kann auch noch mal ansprechen, warum kein FIFA kommt. Abo-Special. Geht einfach daran, dass FIFA zu dir leckt. Es leckt einfach viel zu doll. Ich hätte es mir schon viel früher holen müssen. Ich kann mir fast eine Lederrüstung machen. Es wenigstens einfach anfangen mit Rüstung. Ich finde es auch sehr schade, dass unser Eisen weg ist. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich werde irgendwie immer besser mit YouTube. Hör auf. Ähm. 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 Zu sagen. Ja, ich kann einfach viel deutlicher sprechen. Vielleicht habt ihr das am Anfang des Projektes ja schon bemerkt, dass ich da ein bisschen genuschelt habe. Also. Ja. Das war mein erstes Video. Also mein erstes Minecraft-Video seit langem. Ja. Ungefähr so seit drei Wochen. Drei Wochen kommt dann kein Minecraft mehr. Dann habe ich beschlossen. Ja gut. Du kannst mal da auf dem Tablet was machen. Wollte ich euch mal nur eine Map zeigen. Aber dann hat es mir einfach viel zu doll Spaß gemacht. Ups. Scheiße. Und. Ja. Dann bin ich einfach zu diesem Projekt gekommen. Ey komm her. Oh du. Oh Mann ey. Wann bekomme ich einfach einen? Okay. Ich denke ich beende die Folge. Mit noch keinem Joodle. Ich weiß nicht was ich eigentlich so machen soll hier. Aber ich mach einfach mal. So zack zack. Zack 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 zack. Dann hole ich nochmal meine anderen Steine eben schnell. Und. Und mach ich eben mein Essen fertig. Vielleicht könnte ich mir hier auch mal eine Server IP für Minecraft Bedwurst sagen. Mh. Dann kann auch hier drauf ein Microphones kommen. Aus dem Tablet. Mh. Dann kommt hier. 20. Da. 60. Dann könnte ich mal einen schönen Boden machen. Mh. Mh. Juck. So. Mh. Mh. Wartet mal eben. Ich hab schon versucht nicht, ob die noch reichen. Ich glaub 10 Minuten mach ich die auch mal nochmal. Guck mal. Uff. Ich weiß nicht ob ihr das lausse Geräusch da habt, wenn ihr das in die Wiederkunft gehört habt. Ich glaub aber mal nicht. Die Terroristen waren es auf jeden Fall mal nicht. Das muss ich auch schwer hoffen. So, ich will euch mal so irgendwie planen ich hier mal so Mods reinzubringen in dieses Projekt, so wie in Minecraft Modküste und dann ein paar Dorfbewohner, also die mit mir sprechen können. Kann man alles modden. So, ich habe jemanden in einer Klasse, der hat gesagt, der ist keine D, der hat gesagt, man kann richtig geile Mods runterladen mit dieser, aber ich weiß gar nicht, wo man die App, wie die App heißt. Ich würde ihn auf jeden Fall nochmal ansprechen. Ich erinnere mich nachher, wenn ihr das Mods sagen könnt, denn diese Mods sollen eigentlich sehr, sehr nice sein. Ich möchte mich verabschieden mit einem schönen Schimmel. Ich möchte mich verabschieden mit einem schönen Schimmel. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei. So, meine Name ist, ob es ein Playlist ist. Ist das eigentlich die fünfte oder vierte Folge? Ach, keine Ahnung. Ich schaue einfach gleich nochmal nach. Nicht, dass ich da gleich was falsch eingebe. Ich glaube, aber es ist die fünfte Folge. Denke ich mir mal. Und dann esse ich es mal was. Tschüss, haut mal ans. Ich schaue das nächste Video. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.